Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Stefan Preising. Schön, dass Sie zu uns gefunden haben und offen sind für Ihr Potenzial. In diesem kurzen Video möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie Ihren Mitarbeitern 1.000, 2.000 oder sogar mehrere tausend Euro mehr netto im Jahr auszahlen können. Sie sind Unternehmer und finden es klasse, wenn Ihre Leute mehr Geld verdienen, können oder wollen aber nicht mehr in Löhne investieren? Viele Unternehmer sind dermaßen mit ihrem Geschäft, der Auftragslage beschäftigt, dass sie dieses großartige Potenzial einfach verstreichen lassen und diese Riesenchance, Ihre Mitarbeiter noch stärker zu binden und zu motivieren, völlig verpassen. Angenommen, Sie als Unternehmen würden dieses Potenzial für sich nutzen, steigt automatisch Ihre Attraktivität, die Initiativbewerbungsquote und letztendlich sind Sie damit anderen Unternehmen deutlich voraus. Seit über 16 Jahren habe ich mit Gehaltsabrechnungen zu tun. Über 2.000 verschiedenste Abrechnungen hielt ich schon in meinen Händen. Und am Ende ist es doch immer das gleiche Spiel. Der Mitarbeiter durchläuft seine Ausbildung, möchte möglichst viel Geld verdienen, um seine Familie zu ernähren, zu heiraten, um vielleicht sogar ein Haus zu bauen. In den meisten Fällen ist es so. Das heißt umgekehrt, 100 oder 200 Euro mehr jeden Monat in der Haushaltskasse können den kleinen, aber entscheidenden Unterschied ausmachen. Arbeitet zum Beispiel die Ehefrau mit, können so schnell bis zu 5.000 Euro pro Jahr in der Haushaltskasse entstehen. Geld, was Sie als Arbeitgeber aktuell eh schon ausgeben. Nur aktuell erhält es eben der Staat. Warum sollte das Sie als Unternehmer interessieren? Die Frage ist, wie viele Ihrer Mitarbeiter schieben vielleicht seit längerem schon die Gehaltsverhandlungen im Unternehmen vor sich her? Also wie viele überlegen, das Gespräch zu suchen, tun es aber nicht. Wie viele spielen wir mit dem Gedanken, das Unternehmen zu verlassen, zu wechseln, um mehr Geld zu verdienen? Beides bremst auf jeden Fall die Motivation. Sie als Unternehmer können hier den entscheidenden Unterschied machen und eine deutliche Gehaltsverbesserung in Ihrem Unternehmen erzielen und somit mehr Zufriedenheit bewirken. Stellen Sie sich einfach das Gehalt wie einen Mixer vor. So, oben kommen die großen Bausteine, das heißt die einzelnen Gehaltsbausteine rein. Und diese werden dann schön zermahlen, das heißt hier werden Steuern und Sozialabgaben abgezogen und am Ende kommt dann das fein zermahlene Nettogehalt raus. Das System kennen Sie, oben hohes Brutto und ein kleines Netto. Was wir jetzt machen ist folgendes, das kennen Sie ähnliche, wenn Sie sich an der Schlange anstellen, da gibt es oftmals auch einen sogenannten VIP-Eingang, da geht alles ein bisschen einfacher und unkomplizierter. Wir bauen hier eine rechtssichere Schleuse, mit der wir folgendes tun, das heißt einige, wenige, aber einige Gehaltsbausteine werden hier direkt durchgeschleust, sodass die möglichst unbeschädigt hier unten ankommen und kommen hier auf dem Netto-Lohn oben drauf. Das ist im Endeffekt das ganze Spiel bei diesem Thema. Jetzt abschließend stellen Sie sich mit Sicherheit noch die Frage, extrem spannend, ja, aber inwieweit ist das für Ihr Unternehmen nutzbar? Mein Angebot an Sie, 10 bis 15 Minuten am Telefon, schauen wir uns Ihre Firma an und ermitteln Ihr Potenzial. Achtung, keine Panik, das wird weder ein Verkaufsgespräch noch ein Beratungsgespräch. Wir beide wollen nicht die Katze im Sack kaufen, sondern erstmal schauen, was ist überhaupt möglich, lohnt es sich überhaupt bei Ihnen im Unternehmen und wenn ja, in welchem Umfang. Nutzen Sie die Gelegenheit, kostenfrei und verbindlich. Ich freue mich auf Sie und Ihr Unternehmen, Ihr Stefan Reising.